herzlich willkommen liebe freunde von karl und faber und liebe kunden ich begrüße sie ganz herzlich zu unserer neuesten folge von karl und faber im austausch ich freue mich sehr heute johann könig bei uns begrüßen zu dürfen johann herzlich vielen dank für die einladung aus gott danke dass du gekommen bist aus berlin und wir werden heute so ein bisschen eintauchen in das thema nicht so sehr galerie als vielmehrs thema sammeln und das aus der etwas darüber zu hören aus dem munde eines berufenden galeristen den ich aber dennoch wohl die meisten von ihnen den namen johann könig schon gehört haben denn er ist ja der popstar unter den deutschen galeristen wie wir wissen sind zitat ich komme gleich noch mal drauf die meisten von ihnen haben von ihm ja schon gehört ganz kurz johann ich stelle ich noch mal kurz vor wenn ich darf 1981 in köln geboren du bist der mitglied einer weitverzeigten kunstfamilie deinen vater kasper kennt man gut auch den onkel walter könig du hast brüder oder die im kunstbereich unterwegs sind beziehungsweise schwager und so weiter ich will es gar nicht weiter ausführen wofür du bekannt geworden bist daher auch der titel deiner im letzten jahr erschienen biografie johann könig blinder galerist wofür man nicht kennt ist die tatsache dass du beim hantieren mit schwarzpulver einer patronen einer schreckschusspastole probleme bekommen hat dass du deine augen verletzt hat ist und damit ein seitdem auch einen teil des augenlichts verloren hast nichtsdestotrotz hast du eine galerie gegründet 2002 bist immer weiter gewachsen bist von einem ort zum anderen warst erst am rosa luxemburgplatz dann in eine industriehalle in der nähe von martin gopiusbau und jetzt in die kirche von st agnes wo du auch messen veranstaltest seitdem bist du ja auch quasi ein priester des deutschen kunsthandels geworden denn es ist dort die messe in st agnes regelmäßig zu zu gast 2017 dann erfolgten noch eröffnungen von galerien in london und in tokio und du bist auf einem regen expansionskurs jetzt möchte ich aber von dir zu beginnen unseres gesprächs gar nicht so viel hören über handel und dem und die deine tätigkeit als galerist sondern ein bisschen was zum thema sammeln wenn es recht ist johann klar warum sammeln menschen kunst ich glaube man sammelt wirklich immer aus leidenschaft also selbst wenn es nachgelagerte monetäre interessen gibt oder steuerliche motivation ist trotzdem die leidenschaft an erster stelle also auch wenn das sammeln ein vehikel der vermögens transformation innerhalb der familie durch erbschaft oder auch wenn es quasi geltungsdrang ist oder was auch immer ist die leidenschaft glaube ich immer in erster stelle dann ist glaube ich der wunsch etwas zu besitzen durch identifikation groß also so geht es mir zumindest dass ich quasi von irgendeinem kunstwerk oder so begeistert emotional bewegt bin dass dieses einmalige oder quasi auch das entsteht ja auch nur wenn man an etwas denkt dass wenn dann aber die möglichkeit besteht dass man das dann auch käuflich erwerben kann man das macht wenn man das kann und ich glaube das ist auch der grund warum wir jetzt ich in meinem geschäft erlebt jetzt gerade die zweite große krise oder eigentlich die dritte weil als ich die galerie angefangen habe steckten wir gerade in dieser post neuen markt dort kommt krise und irgendwie laviert sich der kunstmarkt erstaunlich gut dadurch und ich glaube das hat mit der leidenschaft zu tun mit denen alle teilnehmer ihr geschäft machen und auch kaufen ob als händler oder als sammler kann man einfach oft nicht anders also primär ist es die leidenschaft es ist die identifikation mit etwas auf dem punkt möchte noch mal ganz kurz kommen sammeln durch identifikation was wenn du mit deinen kunden sprichst was spürst du da wenn es um dieses thema geht also merkst du irgendwie dass die deswegen die bei dir kaufen weil du zeitgenössische künstler vertrittst und die zeitgenössischen künstler letztlich die sind die die themen und probleme unserer heutigen welt am besten adressieren und wir uns dadurch am meisten angesprochen fühlen und uns deswegen auch am meisten durch deren werk identifiziert fühlen oder wie könnte man da den link setzen warum kaufen die kunden bei dir deine künstler was ist also ich glaube dass das total unterschiedlich ist also dass jeder und jede da eine andere motivation hat aber es ist zum beispiel so dass ich oft erlebe das gar nicht jetzt unbedingt durch einen monetären zuwachs aber auch wenn man jemanden also wenn man jetzt früh ich mache das ja schon fast 20 jahre und habe eben zum beispiel alicia quade jetzt aktuell in aller munde ist aus der akademie heraus schon ausgestellt und auch gekauft und da ist es glaube ich so dass die sich dann damit identifizieren und sich auch nicht nur freuen wenn es im wert steigt sondern auch wenn eine künstlerin künstler eine karriere macht also es ist ja auch das sammeln von gerade jungen positionen ist die beste kunst förderung die es gibt weil das geld was man einsetzt ja auch direkt bei den künstlern ankommt oder bei den galerien die sie vertreten und das finde ich ja so bedauerlich dass auktionshäuser das immer wieder betonen wie wichtig das ist und genauso wichtig ist aber auch der zweitmarkt fürs primärmarkt geschäft weil wenn es keinen zweitmarkt gibt gibt es auch keinen erstmarkt und das wundert mich warum viele kolleginnen und kollegen das nicht sehen aber das ist noch mal ein anderes thema aber das ist zum beispiel eine motivation früh dabei zu sein die nächste ist aber auch oft ein sehr was ich jetzt gerade bei der messe stark gemerkt habe da hatten wir eben zum beispiel ein sehr bedeutendes werk von isa genskin aus der marion collection wo ganz viel auch quasi über die unterbewertete situation von frauen im kunstmarkt dann gesprochen wird oder wie wichtig das ist eben absolute meisterwerke zu erwerben und lieber darauf zu gehen und dass leute es gibt dieses gute beispiel da zum beispiel aus chicago jetzt fällt mir der name nicht ein der auch in the price of everything auftaucht der hatte immer nur eine sammlung von 100 kunstwerken und wollte immer die besten kunstwerke haben und immer wenn er zu dem schluss gekommen ist dass ein kunstwerk besser ist als eins also quasi bedeutender relevanter ist als eins der 100 jahr schon hat hat er wiederum eins verkauft um ein anderes zu finanzieren und so ist es natürlich so wenn ich jetzt irgendwie an meine gute freundin julia stoschek denke die hat sich zum ziel gesetzt die bedeutendste mediensammlerin zu sein was sie glaube ich auch geschafft hat alle sind durch unterschiedliche motivationen getrieben aber es ist ein sehr entrepreneurial approach meistens und ich glaube das ist auch zumindest etwas abgesehen von den künstlerischen positionen die ich vertrete ob primär oder sekundär was sammler und mich verbindet sammlerinnen und sammler und mich verbindet ist eben auch so ein bisschen so eine art von unternehmergeist auch teilzuhaben an irgendeiner entwicklung in welcher form auch immer unternehmergeist weil da sich etwas eben gerade im zeitgenössischen bereich etwas bewegt sich etwas rührt und man möchte eigentlich mit bei etwas sein was ich in eine positive schöne richtung entwickelt das höre ich raus und ist auch ein sozialer aspekt schlicht und einfach dass man einen bestimmten künstler eine bestimmte künstlerin eigentlich auf ihrem weg begleiten will und eigentlich durch den ankauf ihrer werke eigentlich auch unterstützen will dass die noch weiter weiter gehen kann ihren schaffens weg genau einmal auf die künstlerinnen und künstler bezogen aber auch auf also wir haben das ganz stark in der korona krise gemerkt dass sich dann eben sammlerinnen und sammler gemeldet haben und gesagt haben wie können wir euch unterstützen können wir was kaufen also richtig war sie um auch zu und das fand ich sehr angenehm dass es richtig eine zusammenarbeit ist auf allen ebenen du sagst in einem interview mit collectors agenda dass du glaubst dass deine frau und du ihr seid wohl bessere berater als sammler also ihr habt sowieso sammelt ja selber auch habt einige hundert kunstwerke zu hause und da ist dieser ist mir nur aufgefallen beim durchlesen dieses interviews dass dieser satz da fällt also du würdest sagen es ist manchmal warum ist es leichter es hat mir auch über anwälte die sind sich selber die schlechtesten anwälte aber ist es warum ist es leichter jemand anderen zu beraten weil die eigene emotionen etwas ausgestellt ist oder woran könnte so was liegen ja es ist zum beispiel so dass ich immer wieder mir vornehmen nicht so kleinkram zu kaufen und so im vorbeigehen editionen und jahresgaben und irgendwie subskriptions edition für publikationen weil das sind dann am ende des jahres auch wieder 20 30.000 euro die man dafür ausgibt für das man sich auch was so hätte substanzielles kaufen können und da bremse ich mich immer wobei ist auch manchmal eben schön ist es einfach zu haben aber wenn ich sammler begleite was wir tun für firmen oder auch privatsammlungen das quasi gemeinsame entscheidungen getroffen werden dann tut man das natürlich als professioneller berater viel analytischer und sagt du wir haben uns das ziel gesetzt wir gehen in die richtung und jetzt komme ich bei jedem städte reise mit irgendeinem kauf zurück weil dann geht es budget drauf und wir verfolgen nicht die linie die wir verfolgen wollten auf die wir uns geeinigt haben hat also das problem ist ja ganz oft man will irgendwas von einer position kaufen bekommt nicht das topwerk und kauft dann halt nebenwerk und da ist man irgendwie als berater vielleicht freier oder oder eben fokussierter als wenn es ein wenn es eben so eine emotionale sache ist ja oder man nimmt sich eigentlich vor man schläft danach drüber und macht es doch nicht und das ist eben wenn ich jetzt in unserer eigenen sammlung bestände wie auch immer man es nennen will ist es ein bisschen ein sammelsurium aber es ist natürlich auch ein abbild von persönlichkeit und auch von persönlicher vergangenheit und geschichte weil ganz viel hat natürlich damit zu tun dass man irgendwo war oder irgendwas mitgebracht hat von einer reise oder so und das ist ja auch ganz schön ist es nur so wenn man eben als berater da involviert es ist es oft besser zu sagen weiß ich nicht bis summe x kaufst du halt quasi was dir vor die flinte kommt und wenn es substanzieller wird muss man gucken passt es zu den zielen die man sich gesetzt hat aber wenn ich also was natürlich auch immer dann thema ist ist dass einem manchmal der eigene jagdinstinkt so ein bisschen durchgeht sozusagen also man möchte irgendwas erlegen auch wenn man gar nicht das erlegen wollte was einem da gerade durch vor die flinte gelaufen ist so höre ich da auch etwas aus genau das passiert mir selber natürlich dauernd und ich habe ja niemand der mich da korrigiert und ich glaube da sind wir eben was vielleicht ist es immer so dass ein dritter das bessere korrektiv ist als man selbst würdest du sagen dass männer da anders agieren als frauen ist der jagdinstinkt beim mann der dann gegebenenfalls sagt okay dann kaufe ich hat das auch wenn ich das nicht unbedingt haben will ist es stärker ausgeprägt als bei den frauen sind die plan geplanter in ihrem vorgehen etwas weniger getrieben also interessant ist ja dass diese kunstmarkt studie davon der clermack andrews zu dem schluss kommt dass die frauen die besseren sammler seien die würden konzentrierter langfristiger kontinuierlicher sammeln was immer das heißt also ich glaube dass es bei uns oft ein mischmasch ist und wir dann auch ich dann sagen wir dann sachen kaufen bei meiner frau ihr die wichtig sind oder wir dann auch sachen nicht verkaufen weil ihr es wichtig ist aber es war zum beispiel auch so dass wir schon sachen dann installiert haben und gemerkt haben unabhängig voneinander das ist ja auch ein bisschen das warum ich auch oft verständnis dafür habe wenn leute sich wieder von sachen trennen ist man merkt ja oft dass irgendein werk auch nicht dass es was man sich gedacht hat was es für einen ist wenn man ein bisschen zeit damit verbringt dass es einem selber dann doch nicht so viel gibt wie man das eigentlich beim kauf erstmal vermutet hatte also es ist irgendwo man steht ja doch im dialog auch mit dem grund ja was man und 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 dann gibt sachen die vermisst man und es gibt andere wo man dann überrascht ist und das ist dann kann natürlich auch wieder eine kraft sein da gibt es dann auch manchmal editionen oder so wo man sich täglich so darüber freut dass das nicht so eine große rolle spielt ich muss aber auch sagen dass wir mit so viel kunst dann gar nicht leben weil wir kleine kinder haben und es ist aber auch für mich so als händler als galerist kann ich gar nicht aber das höre ich auch von vielen sammlern dass die gar nicht wenn man so tief drin steckt kann man den potenziellen wert oder die 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 ganze marktanalyse die man automatisch da im hinterkopf laufen hat das ist wie wenn man ein paar mal gebaut hat kann man nicht durch ein museum laufen ohne mängel zu sehen also das ist quasi oder sich zu überlegen wie haben die das gemacht oder jenes gemacht das ist glaube ich also ich weiß nicht wie geht es dir auch so dass du die formation professionell ja man ist natürlich mit jedem jahr in dem man länger handelt oder sammelt wird man ja auch irgendwo anspruchsvoller irgendwo ich muss gestehen ist immer schön das level steigt immer weiter auf wo man wirklich befriedigt ist von einer guten arbeit und das ist manchmal fast undankbar möchte ich sagen wird auch nicht immer dem werk gerecht also man wird fast zu kritisch manchmal das ist das was ich bei mir gespürt habe und aber das ist für mich auch wie ein bisschen die sprossen einer leiter hinauf zu steigen man muss manche sprossen gehen um auch zu schauen wie man weiterkommt wo es weiterhin geht und letztendlich auch was du angesprochen hat ist gesammeln oder jede sammlung ist auch ein stück biografie so wie wir uns verändern auch und sich unser kontext verändert verändern sich hat oft die sammlungen auch mit einem dann gleichzeitig ja ich bin halt auch manchmal überlegen weil hin und wieder schafft man ja doch wirklich sehr relevante sachen zu erwerben was dann überhaupt das quasi langfristige ziel ist ob man so nach vorbild wie bayerle ein ort schafft wo man stück für stück eben was ja sehr interessant ist weil wenn man sich das anguckt der weihändler sammler hat einen unglaublichen ort geschaffen aber die sammlung auch wenn sie viel populärer ist kann natürlich bei weitem nicht mithalten mit dem sammlung mit der sammlung des kunstmuseums basel obwohl es ein prominenter ort ist der noch mehr besucher anzieht und dann ist es eben so ein hin und her und dann verkauft man es dann doch wieder also jetzt quasi jetzt außerhalb des galerie programms sondern eben handel sammeln das ist irgendwie eins oder ob man dann doch sagt auch jetzt mit blick auf meine geschwister und den und meinen vater soll man doch vielleicht mal eine familiensammlung angebunden irgendwie denken aber man kann mit den öffentlichen museen in anführungszeichen eh nicht mithalten und dann ist es in der öffentlichen hand glaube ich in der regel auch besser aufgenommen und da denke ich dann auch immer was der gerd richter mal gesagt hat eine gute arbeit landet sowieso am ende museum quasi auch wenn sie viel gehandelt wird in der regel denke ich stimmt das was er sagt eine ganz komplett andere frage noch gegen schluss wir sind ja doch in den heißen corona zeiten wer im handel oder im kunstbereich im kunstmarkt ist in der gewinner der krise also ich glaube dass die auktionshäuser da auf alle fälle vorteil haben weil wenn das nötige vertrauen da ist und die professionalität über condition reports und ähnliches durch den vermeintlich oder häufig niedrigen schätzpreis da sich irgendwie chancen auftun und ich glaube vor allem durch die transparenz ich glaube das größte problem was wir im primärmarkt haben was durch corona gott sei dank jetzt in schub bekommen hat ist die die transparenz die jetzt entstanden ist aber da müssen wir eben nachholen weil das ist quasi das einzig gute was ich der krise für den primärmarkt abgewinnen kann das ist jetzt eine transparentere preispolitik gibt gezwungenermaßen als sie vor der fall war und ich denke dass das vorteil ist aber ich würde mal sagen absolut die verlierer sind die messen da darf ich einen punkt zurückgeben ich glaube was die leute aber wieder mehr zu schätzen wissen was sie jetzt vermissen in der jetzigen zeit ist und das ist etwas was ihr besser liefern könnte als galeristen als wir als auktionshäuser ist eben das erleben was wir vorhin standet das zusammenleben mitfiebern entwickeln mit einem künstler einer künstlerin und die auf dem weg begleiten sie zu treffen und diesen persönlichen bezug auch zum schaffer des kunstwerkes zu haben das ist etwas was ihr liefern könnt was die auktionshäuser nicht zu liefern absolut und was vielleicht auch wieder der gewinner ist sind wie besondere galerie ausstellungen der besuch bei uns zum beispiel ist ein einmaliger aufgrund der architektur oder auch bei vielen anderen galerien muss man leider sagen je größer desto besonderer ist der besuch weil natürlich ist irgendwie so eine kleine regips galerie jetzt nicht so eine erfahrung wie sankt agnes oder auch bei den kollegen sprüht magers in dem ehemaligen ballsaal oder so und das erleben von kunst in architektur ist natürlich vom künstler von der künstlerin komponierte ausstellung ist natürlich was anderes als quasi jetzt das online bieten sofern das möglich ist diese ausstellung zu besuchen aber auch ohne frage ist das erfahren von von künstlerinnen und künstlern in der in galerien gemachte ausstellung spannender als der messebesuch insofern glaube ich auch wenn wir jetzt vielleicht alle ein bisschen weniger umsatz machen haben wir auch weniger kosten und eigentlich ist es für die kunst besser so wie es jetzt ist als zwölf messen im jahr zu machen schauen wir mal was die zukunft bringt vielen dank sehr gespannt vielen dank johann dass du da warst danke